Der Ingenuity Helikopter fand auf einem Erkundungsflug ein unheimliches Raumschiffwrack, dann verlor er den Kontakt zum Rover. In der Zwischenzeit entdeckte Perseverance ein helles Objekt, das bis heute Rätsel aufgibt. Was haben die beiden Sonden auf dem Master entdeckt? Handelt es sich dabei um Weltraumschrott oder ist es eine erste Spur einer früheren Zivilisation auf dem Mars? Der Mars-Helikopter Ingenuity ist seit Februar 2021 auf dem Mars unterwegs. Seitdem schreibt die NASA ein ganz neues Erfolgskapitel in der Erforschung des Planeten. Eigentlich sollte Ingenuity nur ein kurzer Testlauf sein, doch inzwischen ist der kleine Helikopter eine wertvolle Ergänzung zum Rover Perseverance geworden. Begleitet uns jetzt auf dieser spannenden Reise und erlebt, was Ingenuity und Perseverance noch alles auf dem Mars gesehen haben. Perseverance und Ingenuity auf dem Mars Es ist Sol 359, Marszeit und der kleine Rover mit seinem Helikopter ist seit 2021 auf dem Mars unterwegs. Gemeinsam befinden sich die beiden irgendwo im Jezero-Krater, um dort Spuren von Wasser oder Leben auf dem Mars zu finden. An diesem Tag schwenkte der Rover wieder einmal sein Kamerasystem. In der einen Richtung findet er Sand und Felsen, in der anderen Richtung noch mehr Sand und Felsen. Einige der Felsen sind interessant und der Rover scannt den Bereich genauer. Es ist ein großer Riss zu sehen. Für Laien scheint das unspektakulär, doch Astrogeologen können aus den Besonderheiten wie dieser genaue Schlüsse ziehen, welche Kräfte hier am Wirken waren. Das lässt weitere Spekulationen darüber zu, welche geologischen Ereignisse auf dem Mars zur Formation der heutigen Landschaft beigetragen haben. Gemeinsam mit der Umgebung ergeben sich noch genauere Bilder davon, wie diese Landschaft einst geformt wurde. Die Schichtung unter dem Felsen mit dem Riss könnte tatsächlich auf Vorgänge hinweisen, an denen fließendes Wasser beteiligt war. Während Perseverance weiter das Gestein scannt, hebt der Ingenuity-Hubschrauber zu seinem 20. Flug ab. Der Helikopter ist sozusagen die Vorhut des Rovers und findet aus der Luft die spannendsten Spots und Formationen. Gemeinsam sind die beiden zu einem wertvollen Team geworden. Während Ingenuity flog, kam von Perseverance plötzlich ein seltsames Geräusch. Der Rover scannte sich selbst und siehe da, die Kamera entlarvte auch schon bald den Übeltäter. Ein Stein hatte sich in den Rädern verfangen. Die Bodenkontrolle der NASA entschied, den Stein einfach dort zu belassen, er wird bestenfalls von selbst wieder herausfallen. Neben dem Stein zeigt dieses Bild den Marsboden mit dem feinen Staub, etwas größeren Partikeln und Kieseln. Zu sehen sind außerdem die Staubablagerungen, die sich bereits auf Perseverance gebildet haben. Der Rover war zum Zeitpunkt der Aufnahme etwa ein Jahr auf dem Mars. Der Staub ist tatsächlich eine Herausforderung für die Techniker, die den Rover konstruiert haben. Fein gemahlen setzt er sich fast überall ab und es regnet auf dem Mars nicht. Starke, saisonale Stürme blasen Tonnen des Staubs über die Oberfläche des roten Planeten und die Rover müssen diesen heftigen Bedingungen standhalten können. Zieht ein Sturm auf, können sowohl der Rover als auch der Helikopter alle sensiblen Teile einklappen und sich in einen Ruhemodus begeben. Um nicht von einem Marssturm überrascht zu werden, beobachten Wissenschaftler der NASA ständig das Wetter auf dem Mars. Kommt es zu Auffälligkeiten, werden die Warnungen an die Teams weitergegeben, die Rover wie Perseverance oder auch den fast baugleichen Rover Curiosity dann rechtzeitig an einen geschützten Ort lotsen und den Ruhemodus einleiten. Auf der Reise zur Deltafront. Das nächste Ziel von Perseverance und Ingenuity war auf dieser Reise die Deltafront, bei der es sich sehr wahrscheinlich um die steil abfallenden Ränder eines alten Flussdelters handelt. Wissenschaftler nehmen an, dass der Jezero-Krater vor etwa 3,5 bis 3,9 Milliarden Jahren ein See war und das Delta könnte Beweise für mikrobielles Leben enthalten. Bevor Perseverance zu langen Fahrt zur Deltafront aufbrach, nahm er noch eine Bohrprobe von einem Felsen. Mit seinem robotischen Arm richtet der Rover den Bohrer exakt auf die Stelle, wo ihn Wissenschaftler der Erde hinlotsen. Dann geht es los und mit Rotation und Schlagbewegungen dringt der Bohrer in das Gestein ein. Nachdem eine Probe entnommen wurde, wird sie in speziellen Behältern im Inneren des Rovers versiegelt und für die Rückholaktion aufbewahrt, die Ende des Jahrzehnts stattfinden soll. Dann kommen die Proben vom Mars erstmals auf die Erde und Wissenschaftler können das Gestein noch exakter untersuchen. Der Stein, den Perseverance auf den Aufnahmen anbohrte, erwies sich als der härteste, den Wissenschaftler bisher anbohrten. Auch das liefert einen weiteren spannenden Einblick, denn offenbar weist das Gestein stark unterschiedliche Härtegrade auf. Das ist auf der Erde zwar ganz ähnlich, doch seien wir mal ehrlich, auf der Erde sieht Gestein auch verschiedener aus als auf dem Mars, wo man den Eindruck gewinnt, alles sei geologisch irgendwie gleich. Nach der Bohrung setzte Perseverance seinen Weg fort. Die Route zur Deltafront führte über eine Ebene namens Selta, vorbei an den Kratern La Orotava und Port Angeles und weiter zu einer Ebene namens Three Forks. Die kleineren Krater sind nach dem Austrocknen des Cicero-Sees sehr wahrscheinlich durch Einschläge von Meteoriten und anderen Weltraumkörpern entstanden. Wenn Perseverance durch die Landschaft rollt, muss er nicht immer von Wissenschaftlern gesteuert werden. Der Rover denkt und navigiert selbstständig durch die Verarbeitung der visuellen Eindrücke, während er mit 150 Metern pro Stunde gemütlich vor sich hinrollt. Dieses langsame Tempo muss sein, damit der Rover ausreichend Zeit hat, die umgebende Felswelt und den Krater rundum zu scannen und auf Unebenheiten im Untergrund reagieren kann. Dieses Gefährt ist 2,2 Milliarden Dollar wert und die gesamte Mission hat bereits weitere 700 Millionen Dollar gekostet. Ein falscher Tritt des Rovers und dieses wertvolle Erkundungsvehikel könnte für immer verloren sein oder feststecken. Doch trotz des Schneckentempos wurde das Delta bald aus der Ferne sichtbar und kurze Zeit später zeigte sich das Delta in seiner ganzen Pracht und Größe. Als Perseverance sich dem Delta näherte, wuchs die Aufregung bei den NASA-Wissenschaftlern. Wenn es auf dem Mars in der Vergangenheit Leben gab, müssten in den Schichten des Deltas Spuren fossiler Überreste zu sehen sein. Ein direkter Aufstieg war für den Rover nicht möglich, doch die Wissenschaftler auf der Erde hatten eine Idee, das Problem zu lösen. Mars-Sonnenfinsternis Noch bevor der Rover sich weiter dem Delta zuwendete, machte er eine Pause. Ein ganz besonderes Event stand an. Eine Mars-Sonnenfinsternis. Diese tritt auf, wenn eine der beiden Marsmonde, Phobos oder Demos, direkt zwischen dem Mars und der Sonne vorbeizieht. Da beide Monde im Vergleich zur Sonne sehr klein sind, verdecken sie die Sonne nicht vollständig, sondern werfen nur einen kleinen Schatten auf die Mars-Oberfläche. Dieses Phänomen wird als ringförmige Finsternis oder Teilfinsternis bezeichnet, je nachdem wie viel von der Sonne verdeckt wird. Die Finsternisse auf dem Mars sind aufgrund der geringen Größe der Monde und ihrer schnellen Umlaufbahnen um den Planeten relativ kurz und häufig. Die von Perseverance an diesem Tag fotografierte Finsternis dauerte in Echtzeit etwas über 40 Sekunden. Zu sehen ist der Mond Phobos. Wissenschaftler nutzen dieses Event auch um subtile Verschiebungen in der Umlaufbahn des Mondes zu messen. Das könnte Informationen über die Zusammensetzung des Himmelskörpers liefern. Ihr seht schon, dass Phobos, anders als unser Mond, mehr einer Kartoffel ähnelt. Tatsächlich ist der Mond ganz irregulär geformt. Einige Wissenschaftler glauben daher, dass Phobos ein eingefangener Asteroid aus dem Asteroidengürtel ist, während andere vermuten, dass er sich aus Trümmern gebildet hat, die durch einen großen Einschlag auf dem Mars in den Weltraum geschleudert wurden. Bevor Perseverance zur Untersuchung des Deltas aufbrach, scannte er noch einmal den zurückgelegten Weg. Dabei erschien ein sonderbares Teil, das Wissenschaftler schnell aber als einen der Fallschirme identifizieren konnten, mit denen Perseverance und Ingenuity sicher auf dem Mars gelandet sind. Zu diesem Zeitpunkt hat der Rover in einem Jahr nicht einmal 10 Kilometer zurückgelegt, dennoch hat er in dieser Zeit das Wissen der Menschheit über den Mars in niemals zuvor dagewesener Weise bereichert. Die Geheimnisse des Deltas Erste Eindrücke der stark erodierten östlichen Kante des Deltas zeigen nichts als Kiesel, Sand und Trümmer. Eine Ansammlung von Felsen am Rand des Deltas könnte in der fernen Vergangenheit durch Hochwasser dorthin verlagert worden sein. Hier zeigt das Delta schon ein stark verändertes Gesicht. Gesteinsschichtungen, wie sie im Vordergrund zu erkennen sind, könnten spannende Details über die Vergangenheit des Kraters enthüllen. Bevor die Wissenschaftler jedoch entscheiden, ein bestimmtes Ziel anzusteuern, müssen sie sich einen Rundumblick verschaffen. Eben weil Perseverance nur sehr langsam navigiert, müssen die Wege und Ziele gut ausgesucht sein. War der Krater einst mit Wasser gefüllt, so befinden wir uns hier am einstigen Grund. Sedimentablagerungen können Informationen über bestimmte Entwicklungsstufen des angenommenen Gewässers und natürlich bestenfalls Spuren von Mikroorganismen zeigen. Bei der Rundumansicht kommt auf der anderen Seite des Standorts eine Felsformation mit dem Namen Kodiak ins Blickfeld. Dieses Areal hatten Perseverance und Ingenuity im ersten Jahr ihrer Marsmission bereits genau unter die Lupe genommen. Auf den folgenden Aufnahmen seht ihr weitere Eindrücke des Deltas. In dieser Formation namens Hogwellow Flats macht Perseverance plötzlich eine unerwartete Entdeckung. Unter einem Felsen taucht ein hell scheinendes Objekt auf. Der faszinierende Fund bekam zunächst den unspektakulären Namen hellleuchtendes Objekt. Forscher hofften die Route des Rovers auf das Delta berechnen zu können, dass es möglich sein würde, diese Besonderheit genauer zu untersuchen und wenige Tage später hatte das Team die Route für den Aufstieg des Deltas erstellt. Dieses Areal namens Hawksbill Gap erwies sich als flach und sachte genug, um Perseverance einen sicheren Aufstieg zu ermöglichen. Gleichzeitig bietet die Landschaft abwechslungsreiche Gesteinsformation. Zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Videos befindet sich Perseverance beim Aufstieg des Deltas. Wir wollen uns jetzt aber noch dem Helikopter Ingenuity und seinem unglaublichen Fund auf dem Mars zuwenden. Der 27. Flug wurde dem Helikopter zum Verhängnis. Als Ingenuity zu seinem 26. Flug über den Jezero-Krater aufgebrochen war, hatte sich der kleine Helikopter eigentlich schon lange selbst überlebt. Das erste extraterrestrische Flugerkundungsobjekt sollte nur ein paar Testflüge absolvieren und hätte dann sein Missionsziel bereits erfüllt. Der Helikopter bewies sich aber als so robust und funktionsfähig, dass er zum festen Begleiter von Perseverance wurde. Bei seinem Flug entdeckte der Helikopter an diesem Tag etwas, das die Bodenkontrolle in helle Aufregung versetzte. Zu sehen waren die Reste eines Raumschiffes, das in Trümmern auf der Marsoberfläche verstreut lag. Bei der NASA hielten die betreuenden Mitarbeiter den Atem an. Was war hier zu sehen? Die Antwort war jedoch schnell gefunden. Ein Raumschiff? Ja. Ein außerirdisches Raumschiff? Leider nein. Was hier zu sehen ist, ist ein Teil eines von menschengemachten Raumschiffes. Die Trümmer konnten schnell, als die Abstiegsstufe und die Rückschale identifiziert werden, mit denen Perseverance und Ingenuity selbst auf dem Mars gelandet sind. Der Hubschrauber nahm zehn Fahrbilder von der Absturzstelle auf, die jetzt dabei helfen, das Flugverhalten der Reste des Raumschiffes, mit dem die beiden Sonden gekommen sind, zu studieren. Experten können aus den Trümmern wertvolles Wissen für die Konstruktion weiterer Raumschiffe gewinnen, die immer noch bessere Sonden und irgendwann auch Menschen zum Mars bringen sollen. Auf dem 27. Flug nahm sich der Hubschrauber ein Gebiet namens Forten Ridge vor. Zuerst verlief alles gut und Ingenuity schoss wieder viele Bilder. Nach dem Flug aber passierte etwas, das niemand gehofft hatte. Ingenuity stellte den Funkkontakt plötzlich ein. Als Funkstille herrschte, war auf der Erde bei der NASA die Bedrückung zu spüren. Adrian Brown, der stellvertretende Programmwissenschaftler bei der NASA, postete im Internet einen Brief, den Perseverance an seinen kleinen Freund, den Hubschrauber Ingenuity verfasst haben könnte. Darin steht, ich vermisse dich, Kleiner. Wir waren einmal die besten Freunde. Zwei metallische Kreaturen der Erde, geschickt in diese rote Einöde. Ich habe dich in meinem mechanischen Bauch mehr als sieben Monate lang beschützt. Ich befürchte, dass ich dich zum letzten Mal gesehen habe. Und mit wem werde ich dann jetzt Selfies teilen? Da sagt nochmal jemand, Wissenschaftler seien durch und durch rational und hätten kein Herz. Und der Brief wirkte. Wenige Tage später war der Kontakt zu Ingenuity plötzlich wieder da. Wissenschaftler vermuten, dass der Helikopter sich selbst aufgrund eines Zustands mit niedrigem Strom und möglicherweise ausgelöst durch eine saisonale Zunahme von Staub und niedrigeren Temperaturen in einen Ruhezustand versetzt hatte. Ingenuity und Perseverance sind inzwischen immer noch gemeinsam im Jezero-Krater unterwegs und wir verabschieden uns jetzt mit diesem Selfie der beiden. Sagt ihr uns jetzt wie ihr über dieses unschlagbare Duo um die berührenden Worte eines NASA-Wissenschaftlers und natürlich die spannenden Funde der beiden Sonden denkt.